Basti, bist du soweit? Ja, ein Heilwurt auf Seelachskiller. Weil irgendwie hatten wir ja noch keinen auf Seelachskiller, wir hatten ja so ziemlich alles drauf gefangen. Ja, Seelachskiller hat bis jetzt Dorsch gefangen, Lump, Schellfisch. Franzosendorsch? Ja. Doch, ja, ja. Ja, okay. Und Seelachs natürlich und Heilwurt jetzt. Oh, jetzt ist er gleich weg, ne? Basti? Oh, nö. Ich mach dir nix. So. Ne, ich muss noch mal. Ja, warte, ich lass ihn gleich frei, warte. Ne, warte. Ja. Komm mal, komm mal rein. So. So, Achtung. Wollen wir es mal versuchen? Ja, heb rein. Komm mal her. Eins, zwei, drei. Hoppala. Ne, du darfst auf jeden Fall noch mal schwimmen. Komm mal her. 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 Vielen Dank.